Musik Hallo, ich bin Louisa und ich sitze hier mit Lukas aus der Kinder- und Jugendfilmjury. Lukas, wie bist du dazu gekommen, in die Jury zu gehen? Also ich wurde letztes Jahr schon angefragt, bei der Jury mitzumachen. Und dann wollte ich auch sehr gerne, aber konnte zeitlich nicht. Und dann hatte ich das Glück, dass ich gebettelt habe, gebettelt habe, bitte ruf mich nächstes Jahr wieder an. Und dann haben sie auch wirklich angerufen und dann dachte ich, okay, dann mach ich es auf jeden Fall. Und dann bin ich sozusagen hier gelandet und ich freue mich auch voll dabei zu sein. Ich habe bis jetzt nur einmal Jury gemacht und das war dann so eine eintägige Veranstaltung. Und das ist ja hier eine ganze Woche, also eine ganz andere Bandbreite. Und ich freue mich total, das macht auch bis jetzt super viel Spaß. Was macht am meisten Spaß dabei? Natürlich die Filme, aber auch das Austauschen mit den Mitjuroren. Also ganz liebe Leute, wir sind ein sehr kleines Jury-Panel, nur aus drei Leuten. Aber dadurch sind die Gespräche dann auch umso intensiver. Und dann immer direkt nach dem Film sind wir dann zu dritt und unterhalten uns über dieses und jenes. Und das macht sehr viel Spaß. Wer ist noch mit denen in der Jury und wie entscheidet ihr euch am Ende? Wie wir uns entscheiden, weiß ich natürlich noch nicht. Wir haben keine bestimmten Parameter festgelegt, also dass jetzt jeder nach den gleichen Kategorien bemerkt hat. Aber ich bin mit dem Horst und der Kim in der Kategorien. Was auch ganz schön ist, ist, dass wir eine schöne Altersspanne abdecken. Also wir sind alle von unterschiedlichem Alter und auch haben unterschiedliche Filmsachen gemacht. Horst hat sehr viel Redaktionen von Filmmagazinen, Filmkritiken und sowas sehr viel schon geschrieben. Und die Kim ist auch Regisseurin und auch Autorin. Und dann habe ich noch die Schauspiel- und Drehbuchperspektive, beides so ein bisschen. Und das ist einfach ein schöner Mix. Und wie wir uns entscheiden, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt schon Angst davor, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich auch drauf, weil es sind einfach so viele tolle Filme da. Und ja, es ist einfach schön, selber noch gar nicht zu wissen, was einen erwartet. Was für Filme hast du früher geschaut? Auch in meiner Kindheit. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so lange her. Das muss ich auch nicht so tun. Aber ich war immer ein großer Fantasy-Fan. Also ich habe so die ganzen großen Mehrteile, so Harry Potter und Flucht der Karibik und all solche Filme. Da war ich immer ganz schön hinterher. War auch so von der Literatur, die ich zu der Zeit gelesen habe. Wenn ich überhaupt gelesen habe, war nicht so mein größtes Steckenpferd. Aber wenn dann, dann war es immer Fantasy-mäßig. Was macht für dich einen guten Kinderfilm aus? Ein guter Kinderfilm ist eine gute Frage, weil ich finde gerade als Kind, da reichen schon so drei, vier Jahre nicht mal, da reichen auch zwei Jahre. Und du bist schon an so unterschiedlichen Orten in deinem Leben. Also zwischen, was weiß ich, neun und elf liegt schon so ein großer Unterschied, was so die Lebenswelt angeht, dass es super schwierig ist, da glaube ich alles abzudecken. Das merken wir auch gerade in unseren Gesprächen, dass wir sind, okay, das ist ein toller Kinderfilm, aber wie ist denn das mit dem Jugendteil, weil wir Kinder- und Jugendfilm sind. Und wahrscheinlich wird es keinen Film geben, der alles abdeckt. Aber ich glaube, was für mich einen guten Kinder-Jugendfilm ausmacht, ist, dass eine Message dahinter steht und dass sie transportiert wird auf eine Art und Weise, wo junge Menschen, die gerade noch einmal wachsen werden, im Aufwachsen auf dieser Welt sind, sie verarbeiten können und verdauen können und sie annehmbar ist. Und das ist, glaube ich, das, wonach ich persönlich gucke. Aber da kommen natürlich auch immer noch ganz andere Sachen mit dazu. Wenn du selbst einen Kinderfilm drehen würdest, worüber würde er handeln? Ich habe sogar mein Drehbuch über einen Kinderfilm geschrieben, aber das ist noch sehr roh. Ich mag aber mich zu erinnern, ich habe mit 12, 14 oder so, hatte ich so eine Phase, da war ich so, ich wollte unbedingt so einen Riesen-Roman schreiben. Ich weiß nicht, da habe ich immer dann gedacht, okay, ich fange einfach an und dann höre ich nie wieder auf. Und nach den ersten 20 Seiten bist du dann so, okay, was schreibe ich jetzt? Und damals war meine Idee dann, ganz viele Genres zusammenzuklashen, einen Vampirfilm, wo sie dann aber alle in einem Internat wohnen und dann haben sie unterschiedliche Kräfte und unser Hauptprotagonist hat natürlich eine ganz besondere Kraft und das ist dann irgendwie ein Riesenproblem. Und vielleicht wäre das sozusagen dann meine Idee von einem Kinderfilm. Es würde dann schon mehr in so Teenie-Drama gehen, aber wenn ich das irgendwann nochmal machen könnte, das fände ich natürlich sehr lustig, meine zwölfjährigen Idee dann irgendwann umzusetzen. Ja, vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir noch viel Spaß beim Festival. Dankeschön, es hat Spaß gemacht.